hi leute und willkommen zurück ich bin's mir jan und ja es gibt endlich wieder ein video und ja kurze info ihr hört ich habe jetzt den normalen pokémon sound wieder da ich auf eine super schlaue idee gekommen bin und zwar wenn ich im ts zum beispiel bin oder skype wobei skype jetzt eher nicht so ideal gewesen wäre ja dann kann ich ja schon den sound von ja vom spiel anhaben und ja dann bin ich einfach auf die schlaue idee gekommen warum gehe ich nicht einfach auf den ts und gehe dann afk channel und nehme da einfach auf und das habe ich jetzt getan und der sound klappt ich habe es probiert und so deswegen müsste eigentlich alles passen und ja als zweite info erstens ist der kampf ziemlich kurz und zweitens kam jetzt so lange kein video da werde ich wahrscheinlich wenn ich schaffe gleich noch aufzunehmen noch ein zweites video heute hochbringen deshalb aufzunehmen und zu rendern wobei ich denke ich wenn ich aufnehmen kann auch noch rendern kann äh müssen wir gucken da es jetzt auch schon wieder 20 vor 4 in der früh ist und ja müssen wir mal gucken äh aber ich versuche heute zwei videos hochzubringen dafür dass jetzt so lange nichts kam und alles in ja ich glaube das ist soweit alles was ich sonst an infos sagen wollte und es wird bald auch wieder live es werden bald auch wieder live kämpfe kommen nur ja ich habe jetzt ein paar auch echt gute knappe kämpfe die ich nach kommentieren kann deswegen mache ich einmal die und aus dem anderen grund erstmal ist jetzt noch schwer welche zu bekommen für den kampf ich meine ein paar sind jetzt noch online oder so finde ich das jetzt besser ich meine wenn ich halt live aufnehmen will dann muss ich halt wirklich alles aufbauen und genau Zeit haben und so und äh ja dann muss alles passen und bei wenn ich was nachkommentiere kann ich gucken wenn ich Zeit habe da brauche ich niemand anderen und deswegen ist das manchmal halt auf jeden fall einfacher und ich kommentiere jetzt nach aber ich versuche jetzt die tage auch mal wieder einen live kampf aufzunehmen den ich dann auch mal hochladen kann und ja weil live finden die meisten nicht mehr besser äh und ich finde es auch besser und ne egal wir fangen jetzt an ja ich kämpfe hier gegen Phantas aka Jan ja wir heißen beide Jan auch cool ne ja ähm ich hab vorhin einfach mal gefragt ob ihr Lust habt zu betteln auf twitter hab ich gegen zwei gekämpft gegen Jan und gegen Danny mit seiner Deephawk äh und ja waren beide spannende Kämpfe ob ich beide zeigt weiß ich noch nicht da ich auch noch andere ziemlich spannende hab und naja ich versuche dann immer die knappesten zu nehmen wo noch einer lebt oder so aber wir gucken mal auf jeden fall ja ich hab dann gegen das gekämpft und ja ich fange jetzt an mit dem Kampf bevor es noch viel länger hier geht mit den Infos mit dem ich mit dem ich eigentlich schon lange fertig bin und ich stehe noch mal eben die Teams vor ja äh Phantas hat in seinem Team ein Megagorak X ein Machomai ein Stolos ein äh fuck das ist jetzt fällt dass mir der Name gar nicht einfällt warum fang ich genau Calamaneiro fragt mich nicht manchmal raus und die Namen irgendwie in meinem Kopf egal ja ich mir sei noch eingefallen ja Calamaneiro ein Raichu und ein Frostege und ich hab dabei ein Pandagro ein äh Traunmagier Phynaxis dann noch Aquana Staraptor und Mega Gewaldro und ja das ist das physische von mir ich hab bisher noch nicht wieder ein spezielles da bekomme ich auch noch eins und äh ja dann würde ich sagen können wir jetzt eigentlich einfach mit dem Kampf anfangen ja die Leads kann ich ja schon mal verraten das sind einmal Frostege und Pandagro und äh ja ich will nicht zu schnell reden damit es nicht hier wie ich schon beim 10. Zug bin wenn ihr auch grad was machen müsst aber ja ich krieg das schon in Wien ja ihr geht auf jeden Fall direkt auf den Eisstrahl ich tänke das natürlich sehr gut weg mit der Offensivweste die ich drauf hab und äh hau dann direkt einen Abschlag drauf wer ihn auch gekillt hätte aber er hat natürlich einen Fokusgut drauf und ja jetzt kommt ne Scheiße und zwar setzt er Abgangspunkt ein und wie ihr alle wisst liebe ich Abgangspunkt natürlich und war dann auch gar nicht schon irgendwie ein Rad oder so war auch gar nicht auf 180 oder sonstiges nein ich hab nicht bin ich komplett gerastet aber ich war schon wieder genervt hatte eigentlich auch keinen Bock mehr auf den Kampf wegen so einer Kacke es nimmt mir halt so den Spaß so eine Attacke zum Beispiel aber natürlich gebe ich deswegen nicht auf oder so die Kämpfe können auch spannend werden so wie der hier und deswegen aber es hat mich ein bisschen aufgeregt hab es auch ein bisschen ausgelassen aber wusste es auch nicht und er nimmt es auch nicht mehr gegen mich mit auch danke dafür und ja es ist außerdem eine ganz normale Attacke nur ich hasse sie und na ihr wisst es auf jeden Fall er geht jetzt in seinen Stolos ich dachte es wäre ein Tarnstein-Mega wie sie oft gespielt wird wobei er wahrscheinlich damit geliefert hätte aber egal geht deswegen in die Mega und setzt einen Schwertanz ein da ja ich dachte komm die er wieder Robustheit drauf haben deswegen kriegt er so oder so die Steine raus kann ich mich auch einmal boosten und ähm ja er geht dann auf die Autotomie äh boostet sich damit äh mit der Initiative da er ein Superstolos ist und ähm ja danach gehe ich auf ein Erdbeben was dann ihm zumindest auf ein KP haut dank der Robustheit überlebt das halt und ja er hat dann natürlich auch noch den Schwächenschutz drauf was dann natürlich auch ziemlich doof war aber was wir machen das hätte ich damit habe ich auch richtig gerechnet dann haut er aber einen Steinhagel raus und damit ist mein Gewalto dann auch besiegt dann bin ich in mein Aquana gegangen ich bin jetzt gar nicht sicher ob Gestein nicht sehr effektiv oder normal effektiv ist also ich glaube Gestein ist nicht sehr effektiv und Boden ist normal also Boden weiß ich ja nicht normal ist aber ich dachte mir Aquana wird das hoffentlich tanken bin deswegen da reingegangen auch wenn sich physisch defensiv ist er hat aber leider den Steinhagel gemisst äh ja ich mache Siedewasser reich natürlich ich bin mir auch echt nicht sicher Steinhagel ist aber glaube ich nicht sehr effektiv deswegen hätte ich es wahrscheinlich überlegt aber egal ja ich dachte mir auch hier ich hatte ja oh ich wusste jetzt nicht mehr ob es äh physisch oder speziell ist das Reitschuh ich habe einfach gehofft ich überlebe es und da es speziell ist habe ich es auch überlebt und äh ja haut dann auch ein Siedewasser raus er geht davor nochmal life up damage was ihn aber auch nicht ganz killt hat aber goth also erstmal ja klar stepp und hatte goth das vielleicht äh noch burnt oder so und ja das war nicht der Fall dadurch konnte er dann meinen Aquana mit dem nächsten Donnerblitz töten und er kriegt dann noch einmal life up Schaden was aber natürlich noch nicht reicht er war ja sogar noch im gelben Bereich und äh ja dann bin ich in meinen äh genau in meinen Phynexes geswitcht äh einfach weil ich ich wusste dass alle meine Poffen langsamer sind hatte gehofft für nexus äh ich hab mir gedacht für nexus wird das am besten tanken hatte auch gehofft dass es überlebt sonst hätte ich den Kampf verloren auf jeden Fall es hat aber getankt gut äh ja hat es getankt zum Glück und ja hat Reitschuh dann auch mit einem Psychoschock besiegt er ist dann in sein Machumai gegangen hatte anscheinend gehofft dass Patroni ein bisschen mehr Damage macht der hat aber so gut wie gar kein Damage gemacht und ich bin noch nicht defensiv ausgelegt oder so hatte mich nachher noch gefragt ja ich hab den ersten Psychoschock raus äh ja der macht natürlich gut Damage reicht aber auch natürlich noch nicht ganz und ja was natürlich gut ist ist dass ich Psychoschock drauf habe und ich spiele nicht weil er wahrscheinlich wie meistens ein Offensivweste drauf hat und ja der zweite Psychoschock reicht dann hat er auch gesagt hat er seinen Machumai ein bisschen weggeschmissen aber naja passiert mal das war aber auch echt ein bisschen ja doof das ich hätte auch gedacht das zieht ein bisschen mehr aber das hat echt gar keinen Damage gemacht der Patroni gut er geht auf jeden Fall jetzt in seinen Mega Glorak X und haut dann einen Donnerschlag raus ich gehe ja erstmal im Psychoschock weil ich auch wusste dass ich schneller bin nochmal ein bisschen Damage raus machen weil ich dachte ich sterbe eh und äh ja ich hätte wahrscheinlich an seiner Stelle eher geboostet weil es zwar eigentlich klar dass es überleben wird aber ich weiß auch nicht jeder macht es auch anders vielleicht hat er auch irgendwas anderes gedacht durch Switch oder keine Ahnung auf jeden Fall ähm ja hat er einen Donnerschlag raus fehlt er mit meinem Fnexus dadurch dass er keinen Drachentanz gemacht hat bin ich da noch schneller gewesen als sein Mega Glorak X mit meinen Trauma Gehe mit meinen Dream Reaper und äh ja dadurch konnte ich ihn dann mit Juwelenkraft besiegen verlieren nochmal ein bisschen Kaffee wegen äh ja wegen Life Orb dann kommt dann sein Kalamaneiro was auch sein letztes Pokémon ist ich gehe nochmal auf den Zauberschein um so viel Damage nötig rauszuhauen was ihn sogar ja ein bisschen über Hälfte Damage auf jeden Fall macht 60% oder so 65% keine Ahnung ja er geht dann auf den Abschlag was natürlich reicht und ja dann komme ich auch mit meinem letzten Pokémon raus und zwar mit meinem Staraptor was auch ein spezielles Staraptor ist äh was man in diesem Kampf auch noch gar nicht sehen wird weil ich glaube ich auch nicht verrate bis man es mal im Livestream oder im Kampf sehen wird ein paar werden es schon kennen äh was ich von Luis bekommen hab äh und ja was natürlich jetzt ein bisschen doof ist ist dass er durch Blorak Damage dazu bekommen hat aber ich bin natürlich schneller haut dann den vierfach äh sehr effektiven äh die vierfach sehr effektiven äh die vierfach sehr effektive Kehrtwende raus wodurch das Kalamaneiro dann natürlich auch stirbt das war klar dass es das auf jeden Fall nicht mehr tanken kann mit so wenig Leben hat wahrscheinlich auch mit Full Life gereicht wobei es vielleicht auch physisch defensiv ausgelegt ist ich weiß es nicht damit habe ich den Kampf aber dann mit meinem letzten Pokémon mit dem Staraptor noch gewonnen und ja es war auf jeden Fall ein sehr guter Kampf hat mich natürlich kurz ein bisschen am ja war ein bisschen genervt am Anfang des Kampfes aber ich gebe wegen sowas natürlich nicht auf und so es nervt mich dann aber ich kämpfe ganz normal weiter und die Kämpfe seht ihr kann man ja trotzdem noch gewinnen und wird entspannt und naja gut damit sage ich nochmal an dich äh Gigi Jan und äh ja ich hoffe euch hat das Video gefallen ich hoffe man sieht sich im nächsten Video was wahrscheinlich im Laufe des Tages noch kommen wird wahrscheinlich dann ein zwei vielleicht auch drei Stunden später nach diesem Video muss man mal gucken und ja ich will mich natürlich auch wie immer über eine Bewertung äh freuen und ja ich sag's wie immer tschüss bis zum nächsten Mal